weg mit dir ich möchte vier diamanten 234 sehr schön also jetzt war ganz ehrlich das war nicht geplant dass da jetzt echt vier diamanten rauskommen ich habe keine ahnung was ich trocken soll ich habe zu viel scheiß dabei scheiß drauf schießt auf die werkbank nein 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 wo ist nach da unten ist der diamant ok ich möchte nicht das hallo warum kann ich jetzt nichts mehr aufnehmen hallo minecraft kurios jetzt habe ich das eisen auch noch ausgeschmissen oder das kann ich ja nicht wegschmeißen also die rails kommen aber wie immer mit so wunderbar wie viel haben wir denn schon von den rails 30 ist es doch gut an vier diamanten das ist sehr schön das ist sehr schön gut dass wir da unten lang gelaufen sind schwert heiland zack und level 25 sehr schön so jetzt muss ich auch erst mal wieder das eisen mitnehmen weil sonst vergesse ich das wieder 22 eisen haben wir bis jetzt okay jetzt müssen wir ein bisschen mehr sicht auf eisen behalten kommt ihr denn andauernd her ich habe euch nicht eingeladen so schön alles abbauen so auch du eisen kommst mit mir nee 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 das ist mir gerade zu gefährlich genau wegen sowas ich habe es doch gewusst ich habe es doch kroche da hinten geht es weiter oh gott drei wasserfälle drei wasserquellen komm schon komm so dankeschön okay so die kohle die bauen wir mit der normalen spitzhacke ab weil da brauchen wir jetzt nicht unbedingt wieder zu viel davon weil da haben wir haben ja eigentlich genug kohle so ist ja nicht ich glaube da haben wir vier oder fünf stacks wenn ich noch mehr von dem her sollte das kein problem sein so dann schaue ich gleich noch mal wie lang ich aufnehmen ich glaube das müsste jetzt eine dreiviertel stunde oder so sein dass ich aufgenommen habe so wie weit ist die dschungelbasis weg 1800 meter jetzt kann ich keine kohle mehr aufnehmen dann kann ich mal kurz gucken ja 50 minuten war ich nicht mehr so schlecht komm raus mit dir so nee das brauche ich nicht das hier brauche ich so und die kohle das ist halt immer die frage wenn man so viel zeug gefunden hat was schmeißt man raus was behält man was akzeptiert man als wichtig was alter weiß nicht was geht denn da ab ey es war ja grandios schlau von mir schau mal einfach mal war ein zombie okay gut das können wir uns ja von der anderen seite anschauen irgendwie so beziehungsweise von oben so ah hier sind die hier okay jetzt schauen wir uns mal da drüben um und dann essen wir jetzt nochmal einen Happen so noch ein Brötchen dann sind wir hier durch ein trocken Brot ein warme Unahos und eine Buddha Brot da ist Eisen schaffen wir das ja 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 sehr schön sehr gut haben wir das gemacht machen wir die mal da hin du kommst wieder in den Sack und du kommst weg das Wasser das stellen wir jetzt erstmal ab oh shit es war natürlich grandios schlecht von mir so aber jetzt ja sehr grandios von mir also muss ich echt sagen grandios schlecht so du kommst her du auch sehr schön dich mach mal dicht also äh weg Wasser oh geht es da noch weiter hoch naja ist ja abartig schauen wir mal wie weit wir da hoch kommen Schwein gehabt so jetzt fallen wir hier runter und sind tot so wie ich mich kenne ja könnte man gerade so überleben aber nur gerade so so immer mit Abstand Zeug wegbauen mit sehr großen am besten bauen wir uns mal hier ein bisschen an der Kante entlang dass wir auf jeden Fall ohne Probleme hier durchkommen äh das wird ja wird noch lustig definitiv also gratis wieder heimfinden beziehungsweise gut heimfinden ist ja nicht so das Problem eher ähm das wieder rauskommen unbeschadet vor allem weil das ist mir dann doch schon fast wichtiger als unbeschadet äh als nach Hause kommen schauen wir uns mal die Ding von hier oben an weil die ist komplett abgeschlossen also von dem her ist es ja nicht nicht mal so schlecht so äh fackel jetzt muss ich mal kurz gucken nein äh ja ich hab kurz was ins Küpe geguckt ob mich ob die Person wo ich mal angeschrieben habe zurückgeschrieben hat aber ist nicht so das sind zwei Schluchten auf ach das ist wieder hier so eine das muss ich mal kurz es gab wieder zumachen so das ist so eine so eine Monsterspalte so wie bei Gronkh nur schlimmer rein theoretisch könnte ich ja jetzt versuchen darunter ins Wasser zu springen ach komm ich wage es hab's geschafft hab's geschafft und überlebt so jetzt sind wir hier jetzt gehen wir mal nach da hinten da war man nämlich auch noch nicht so mal kurz hier das Wasser weg machen so dann können wir hier ohne Probleme langlaufen und hoffen dass kein Creeper oder so so kommt woher habe ich das bloß gewusst dass da jetzt ein verschissener Creeper kommt ich hab's geraten so hat leider zu viele Rails mitgenommen in in die Hölle er hat zu viele er hat er hat die armen Rails in die Hölle gerissen in den Tod er hat sie getötet so schauen wir mal hier ein bisschen rum oh man ey oh Gold und Silber also Eisen so wunderbar dann können wir uns hier auch die hier mitnehmen eigentlich bräuchte man ja ein bis zwei Stacks also von dem her wenn nicht noch mehr ne wir müssten ja über boah wir bräuchten 500 Stück eigentlich also 10 Stacks oder 5 Stacks damit wir hier einen Weg machen können also von Portal 1 zu Portal 2 sind's hier allein schon 500 bis 600 Blöcke äh nein das Lied möchte ich hier nicht drin haben so Eisen muss ich mal gucken wie viel Eisen wir jetzt überhaupt schon dabei haben 37 Stück das ist ja eine kleine Höhle hier aber dafür Gold und Gold wollen wir ja immer dabei haben so auch wenn Gold nichts wert ist wir nehmen's schon wieder Kisten Lapis Kohle den Rest brauchen wir nicht das ist abartig ich weiß gar nicht habe ich das eigentlich schon mal erzählt ich habe ja mal eine kleine für mich Spielwelt gemacht also wo ich mal so neben Let's Play gespielt habe die ich jetzt eigentlich jetzt auch nicht mehr benutze beziehungsweise spiele weil ich auch komischerweise zeitlich nicht rankomme da zu spielen und ja das ist ganz komisch äh ich habe da Dungeons gefunden also neu generierte Dungeons war eine 1 4 6 Map ganz stinknormal auf neu und erstellen und da wurde dann in den Dungeons oder ja ja doch in den Diamanten wir werden so sterben äh Redstone äh nein so ne die Redstone die Redstone das geht ja nicht oder äh so dann nehmen wir die Silk Touch die hier abbauen äh da habe ich einen Spinn Spawner gefunden und als ich mich da in die Kisten reingeluderts hab wo ich da ach du scheiße also wo ich da mal reingeguckt hab in die Kisten habe ich ähm zwei verzauberte Bücher gefunden das fand ich recht cool dass jetzt halt auch in den ähm in den in den in den in den in den in den Spawners in den Spawner Räumen solche Sachen zu finden sind also enchantete Bücher das ist eigentlich eine coole Erfindung beziehungsweise das ist recht cool umgesetzt ja verbrennt halt so schauen wir mal kurz hier nach nein da geht's nicht weiter und hier auch nicht so hier ist auch durch sehr schön hier an der Wand entlang quetschen wo waren jetzt die Diamanten ich weiß es nicht mehr scheiße wo war das jetzt mit den Diamanten hä bin ich jetzt blöd hier war's da war Gold kommt zu Papa so Gold ah hier okay schon gedacht kurz ausleuchten bitte lass es auch wieder vier Stück sein wahrscheinlich nicht so äh nur einer naja naja gut besser ist nichts könnten keine sein aber dafür Redstone almost das ist auch gut Redstone ist immer gut also kann man eigentlich immer gebrauchen so die schmeißen wir mal raus nehmen wir mal den Stein mit weil dann kann ich mir hier auch wieder Brückchen bauen drei so und ach das kann ich natürlich jetzt nicht aufsammeln scheiße kacke Kohle umsonst abgebaut da sind Diamanten Diamanten wir werden sterben ich sag's euch wir werden sowas von sterben das weiß ich jetzt schon so die Silk Touch bezacke danke und wie viel haben wir wie viel haben wir zwei sehe ich drei sehe ich nur drei sehr schade sehr schade aber wie schon gesagt oh Schwein gehabt besser ist nichts definitiv so zu 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 zu